Er fährt da oben mal wie auf Schienen, gestellter Oberkörper, die Bube-Kraft aus Annerberg. Und das Duell heißt nicht nur Deutschland-Österreich, sondern Hirscher gegen Dutzer. Der Vergleich, wie fällt er aus? Zu gutem Hirscher und das eindeutig. Ja und wie eindeutig, der erste Durchgang in diesem Bereich. Klar ist klar der Schnellste, nur ganz unten hat er einiges verloren. Momentan fährt er aber weiter in voller Banken. Leute, wo ist die Stimmung für? Der dreifache Gesamt-Bekker-Sieger, Marcel Hirscher. Überall geht's. Das ist wirklich in einer Liga die Demonstration bzw. Neues-Los. Das sind Dimensionen, die wir bisher noch heute gegen uns sind und heute sind er neue Maßstäbe. Marcel Hirscher Österreich. Das wird der zehnte Riesendorler-Bekker-Verfall für Marcel Hirscher.